Schön zu sehen, dass ihr Damen Leidenschaft mitbringt. Vor allem nach diesem Reihenfall gestern. Frau Debska liegt im Auge der Betrachterinnen. Ich hab die Show gesehen, Monika. Ich fand dein Interview gut. Und dein Produkt gefällt mir auch gut. Unser Produkt. Natürlich. Euer Produkt. Nur leider liegt euer Produkt auf Eis. Das macht euch Sorgen. Mir und... ...den Gerichtsvollzieher. Der bald auftaucht, um sich die Überreste eurer vielversprechenden Geschichte zu holen. Ich könnte vielleicht... Ich wiederhole vielleicht... ...aushelfen. Als Minderheitsinvestorin. Ich bin... Ich bin...